Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Funcats 3. Wir sind dabei, hier noch ein bisschen Sachen zu sammeln. Da vorne ist eine Truhe, leider sind da Level 42 Gegner. Deswegen möchte ich mich mal hier mit den 30ern anlegen und gucken, ob wir weit kommen werden. So. Wie weit kommen wir damit? Eigentlich müssen wir gut weiterkommen, weil wir haben 4, Alter. Einmal mega übertrieben. Und Lance und Baldi haben auch noch die starke Heiler-Klasse. Ich bin schon gesagt, was direkt stark ist. So, und wenn ich gesagt Mio müsste bald auch nochmal das Spiel halten. So. Was steht bald aus jetzt, Thanks! Die sind 0. Die sind 0? Gibt es einen stark aus 0. Okay, wir müssen viel öfter unsere Fähigkeiten benutzen, weil wir werden scheinbar ganz schön nach. Da brauchen wir uns noch eine Überhitzung mehr für ein bisschen. Oh, das ist ein bisschen was hier. Das ist auch ein Fähigkeiten. ich hoffe diese teile helfen uns auch so komm ich da hoch oder also stark das kann ich knicken oder kann ich jetzt versuchen aufzugehen kommt es dass sie plötzlich starke gegner sind startgebiete sind jetzt mittlerweile so weit dass sie uns hier stark gegen entgegenwerfen wir haben nur eine falsche ecke auf wir sind auf jeden fall ein paar teile ist schon mal gut ja 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 So, jetzt sind wir die kleinen Hasids, machen wir wieder nix. Dann können wir uns gleich ein bisschen sicherer fühlen. Oh, da, es zockt einfach mal im 42er wieder auf. So ein Dreck. Boah, safe. Oh, schade. Schmetter, Nektar, Chili. Können wir vielleicht gebrauchen. Irgendwann. So. Wie ich die da noch haben. Ich muss auch schon fast wieder zurückkommen. Boah, ist hier wieder viel. So, so, das hier. So. Ich glaube, jetzt sind wir auch erstmal hier fertig. Und guck mal, was uns noch so erwartet. Wenn wir uns wieder zurückporten. Ich hoffe, dass es jetzt reicht. So, wir waren irgendwo. Ja, genau. So, Schwerkämpfe, Rang, 5. Tipps zu den Klassen, 3. Äh, die Eignung eines Charakters für eine bestimmte Klasse wird ebenfalls bewertet. Je geeigneter der Charakter, umso mehr Klassenpunkte erhält dieser Charakter. Ja gut. Deswegen leveln die alle unterschiedlich. Ich glaube, ich verportet. Hm. Mist. So, da sind noch 3 Teile. Mal mit. So, den Minipass brauche ich da wieder nicht. Ich glaube, da bringen wir jetzt nicht viel. Das ist nichts, was ich suche. Super. Wieso Bauteile? Irgendwie war das da mal. Nichts, was der uns hier mit ihm schmeißt. Ach, genau. Das ist ein bisschen magisch, aber auch nicht. Oh, zwei Glanzis. Nein, ich arbeids gegangen. Nein, ich brauche euch. Ich habe es ges hebt. Was werden sie hier tun? Ah, schön, drei Teile. Oder auch nicht. Ich bin komisch, was hier ist. Ach, Mann. Ich merke nur, was hier nennt, toll. Das ist mir nichts. Ja, wir poppen wieder weiter. Warte. Da bin ich eben gestartet. Hier rüber. Da bin ich hin. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt irgendwas gesammelt haben bei dem ganzen Kram. Das wir jetzt endlich fertig machen können hier. Hier habe ich was mit Wellen-Krysolid, aber nicht genug. Dämonix habe ich auch was, aber gibt mir nichts. Sicher, grelle, fassil. Toll. Das ist natürlich das, was ich nicht gekriegt habe. Im Grunde gar nichts gesammelt. Danke. Ach, Mann, Mann, Mann. Das ist halt ähnlich. Ich muss hier echt hier vorne immer wieder alles abgrasen. Ich bin ernst. Wir wollen, dass man hier die ganze Zeit rumreißt und immer wieder den gleichen Weg hier abfarmt, bis man diese paar Teile hier zusammen hat. Das ist ja nicht auch so groß. Ich bin noch hier ein paar von den Großen. Reicht ihnen das nicht? Hm, da ist nix. Okay. So, noch drei Teile. Gibt das irgendwas bei? Eins. Ein Durchführer. Könnte ich irgendwelche anderen Materialien nehmen? Ab wo andere Materialien haben wir nicht wieder irgendwie so ein Ding, wo wir Sachen rauskriegen? Was wir für Geld kaufen können? Ich weiß nicht, ob da auch so was dann drauf dafür. Können wir es eigentlich vor allem ausprobieren. Ich glaube, das war aber auf dem anderen Kontinent wieder. Müssen wir wieder zurückporten. Da war ein bisschen Geld reinpumpen. Wir hoffen, dass wir dann auch irgendwie was kriegen hier für Durchbohrer oder irgendetwas anderes. Ist das, like, eine rare Sache? So, wir werden einfach weiterlaufen. Ah, das nervt mich ein bisschen. Solche Quests. Wir sagen, ja, hier in der Gegend. Farben aber was. Irgendwann 10 Prozent, aber farben vier Stück dafür. Und übrigens noch andere Materialien. Die hast du zwar schon, aber... So, nur fehlen halt die. Wenn du noch von einem anderen Scheiß hier fortgesammelt hast. Ah, nervt mich sowas. Ich will, dass dieses Ding funktioniert. Ich will wissen, ob es irgendwas cooles macht. Oh, da ist noch was. Das ist etwas decents, right? Ah, da oben ist noch was. Gehe ich da nochmal in die Ecke gucken? Oder da hinten? Vielleicht findet sich da auch nochmal irgendwas cooles. Ah, sorry. Das sieht so aus, als wenn ich ein großes guter Lautquartier habe. Das sieht so aus, als wenn mir irgendwas groß entgegenkommt. Toten sammeln doch auch jeden Scheiß, oder? Kann das sein. Weil ich dafür nicht bekannt, alle möglichen Sachen zu klauen. Der Vorteil. Aha, kein Glück. Da ist so ein paar Sachen raus, Blühen. Nö, schade. So, nehmen wir den Tod dann hier auch noch mit. So, nehmen wir das alleine. Aber es bleibt so voll. Da ist mal der nächste gekommen. Okay. Okay. mal kränken die beiden werden sich einmischen die beiden gehen hier spazieren miteinander ok auch mal drücken wenn sie zusammen gehören können wir die auch mal zusammen killen oh was hier hochleistungszündmittel das können wir versuchen sind level 23 maximal vielleicht machen wir das nur für den container ist ja klar ich hab ihn mal hin an so Was? Kommst da gerade auf? Aufheffen? Wow. Ja, macht den nicht kaputt. Wenn ja. So, wir sind mal Stöße 0. Ja, klar. Mach den nicht kaputt. Das greifen aber nicht alle an. Ist das ein geiles Signal gewonnen? Oh, Landstown. So. Ah, toll. Jetzt müssen wir nicht sein. Ist klar. Senna, wo bist du? Äh? So, Kette auf den großen. Muss jetzt sein. Ah, Senna ist weg. Nein. Äh, wäre jetzt hier gut. Ja. Oh, Kreuz. So. Oh. Ah, der will zu viel aushalten. So, jetzt heilen. So. Und. Ähm. Ah, der Handwerfen. So. 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 Und. So. 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 Andere. Okay. So. Das wird zwar eh nicht reichen, aber egal. So, voll gut. So, und das. Aber wir sind jetzt wieder voll gehalten, das geht nicht. So, dann will ich das ja auch nochmal benutzen. Hallo. Keine Auf- und Abzug rein. Oh, schön. So. Oh, schön. Die anderen sind nebenbei draufgegangen, oder? Ja, oder? Wahrscheinlich schön. Ah, die einen haben wir super. So. Oh. 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 ich will jetzt hier so gut für angreifern oh mein moore, oh ne ich geh mit dem hier rein das sind beide heiler so, dank der angriffskette ist mir auch schon deutlich gut wieder dabei So jetzt nämlich Das? Warum geht das so wenig hoch? 97, okay Das ist das letzte, was man machen kann Oh, schön, schön Oh, ich hab gesessen Jetzt haben wir das noch gekriegt Okay Okay Dann mach ich nochmal So, und das auch nochmal Ja, beide gleich nichts besser So, gut Kann sich auch nochmal draufhauen, dann war's das Oh, gut Ist auch nicht so die Welle So, schauen wir uns nochmal hier Aber jetzt haben wir Stufe 2 Warum auch immer Ich mach auch mehr Schaden So, das war's nochmal drauf So, oh, gut Was haben wir auch machen können Egal So, das ist ja gut So, stirbt einfach Einiges gekriegt Das Problem ist, ich möchte den Container jetzt nicht öffnen Ich hoffe, wir sind nicht zu viele Keine Ahnung Keine Ahnung Nutzen Okay, geht auch So Das hier nochmal schnell ein Und die beiden Und die beiden Honeys Dann müssen wir aber nächstes Mal pläten Das war der Wozkampf ganz schnell gedauert Ansonsten sieht es auch gar nicht so schlecht aus Wir werben uns hier am Feuer Und Ich bin euch Bis zum nächsten Mal Ciao